Hallo, ihr Füchse, willkommen zu einem neuen Part von Roblox, yeah! Nie wieder. Oh ja, die Musik. Wie man sieht, ich habe ein bisschen gelevelt und wir machen weiter. Ich will weitermachen, auch wenn das Spiel total trash ist, aber ich bin besser geworden und zu langsam habe ich auch verstanden, wie es funktioniert. Genau. Ups. Also, ich stelle einen Raum auf hart. Wie mein... Nein, den jetzt bringe ich nicht. Oh, Mittelhandel. Was willst du haben? Ich kann dir das geben. Wie wär's? Mhm. Aha. Äh, was hab ich jetzt bekommen? Arsch. Auf jeden Fall will ich den auf hart und hart gucken auch an, weil man dann doppelten Loot bekommt. Und, äh, ich brauch den. Ähm, ja, damit ich mehr Zauber bekomme. Weil, wie man sieht, habe ich schon neue, aber... Nachbarn ist Zauernst. Auf jeden Fall habe ich schon neue, die mir auch echt gefallen. Aber, ähm, ich will noch mehr haben. Und ja, ich spiele gerade mit Ernst. Ja, ich spiele es mit Ernst gerade. Ich meine, das ist okay. Ich musste sich an gewöhnen. Ich stecke immer noch hier fest, weil ich, glaube ich, 33 sein muss, um zum nächsten Gebiet zu kommen. Ist aber nicht schlimm. Also, ich kann damit leben. Und ich hab übrigens einen neuen Stab. Und, ähm, ja. Ich mach immer noch einen Schaden, weil ich, ähm, meinen physischen, physischen Skill nicht level. Aber will ich auch gar nicht. Weil ich nicht eh eh nicht gut im Nahkampf bin. Also, alles gut. Aber... Genau. Da sieht man es schon. Es ist auf jeden Fall, äh, ganz anderes Erlebnis jetzt. Also, viel mehr Schaden und, ja. Gut. Kommt her, ihr. Danke. Genau. So, bitte. Ja, gut. Danke. Für nichts. Genau. Und ich level jetzt wieder auf und dann kriege ich neue HP. Ja. Yay. Genau. Ich gehe meistens eigentlich nur auf Spell and Power, weil, äh, wenn ich die alle eh irgendwann mal one-hitten kann, dann, äh, bringt mir auch HP nichts mehr. Ne? Es ist traurig, dass ich mir so viele Gedanken mache über dieses Spiel, weil das ist halt einfach Roblox, ne? Ja. Aber egal. Heißt doch nicht, dass es nicht Spaß machen kann. Es macht keinen Spaß. Aber, äh, vielleicht mal wissen, was passiert. Ja. Äh, ich meine, es geht. Es macht wohl ein bisschen Spaß. Okay? Ein bisschen Spaß macht es. Aber wie gesagt, also, irgendwo mag ich Roblox einfach, weil ich hab das Spiel damals gespielt, vor Jahren. Mit diesem Account auch noch. Ja. Über den Namen reden wir nicht, aber, ähm, ähm, ja, ich fand's damals eigentlich richtig cool. Ich hab mit einer Schwester gespielt. Ich mag das auch ganz gerne. Und, äh, ja. Ich weiß nicht genau, was ich daran mag. Wahrscheinlich, weil's einfach so kacke ist. Ich glaub, ich, das, ich glaub, deswegen mag ich das so sehr. Hey ihr, komm mal her. Danke. Genau. Und ich hatte jetzt auch ein paar Mal Leute dabei, die mir gespielt haben. Also, nicht wirklich Freunde, weil ich hab keine Freunde, sondern, äh, Leute hier in Roblox. Genau. Und die haben mir dann ein bisschen geholfen. Und, ja. Es ist tatsächlich tausendmal einfacher, wenn wer dabei ist. Ähm, ich hatte einen, der hat ziemlich gebalanced geskillt. Also, Narkam, Pfeil, äh, also, hier, HP und Zauber. Und der hat einfach ewig gebraucht, die zu töten, ne? Ja, weil ich hier komplett auf Zauber. Und deswegen, man sieht ja selber, wie schnell die eigentlich sterben, ne? Und der hat nicht so gutes Equipment, wie ich, aber, ja. Ich mein, dann schauen wir uns das mal an. Ich hab hier, oh, warte. Ich hab hier so ein blaues Ding. Ganz schön stark, ne? Ja, und ich töte immer die hinter der Wand, damit ich die nicht nachher töten muss, und das ist funny. Gut. Ja. Meistens benutze ich diese pinke Kugel da, was auch immer das ist. Weil, äh, ja. Ist halt einfach easy, ne? Und geht so schnell. Ja, haben wir gerade gesehen. Ein HP. Aber das ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich benutze es einfach eh nie. Warum soll ich mir selber wehtun? Und das ist ja auch irgendwo Nahkampf, ne? So. Und bald der Level ab. Genau. Auf jeden Fall spiel ich immer auf Hardcore, weil ich dann nämlich doppelt ein Loot bekomme, und da hab ich halt eben diesen coolen Stab her, und diese beiden Sachen auch immer als Zweit-Loot gehabt. Den Rest verkaufe ich immer, weil er Trash ist. Ja. Vielleicht kann ich Deathly ja überreden, das hier mit mir zu spielen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Piu. Nein, ich glaube nicht, dass ich das spielen will. Oh Gott. Achso. Mal gucken. Deswegen, ich glaube, ich werde hier wieder Parts von dem hier aufnehmen. Weil ich das halt einfach schon irgendwie lustig finde. Da gibt es Spaß dran. Mehr Spaß als, ähm, bei diesem letzten Spiel da, ähm, wo man diese Computer hängen musste. Das war total bescheuert. Das war einfach Dead by Daylight unbillig. Ja. Cool. Ja, und der Boss. Die machen übrigens echt viel Schaden, also... Wow. Da bin ich immer auf Abstand. Okay, eben kurz die Root angucken. Gut. Weil ich nämlich rückwärts laufen werde. Gut. Hey, Sandgigant. Ja, und dieses pinke Dings macht einfach voll viel Schaden. Genau. Und diese Flamme ist halt eben einfach gegen einzelne Gegner ganz okay. Waren sich plötzlich immer diese pinke Kugel... Ja. Und gleich ist der Typ tot. Okay. Hm. Fuck. Daran habe ich nicht gedacht. Okay. Yay. Mhm. Okay. Das ist halt eben, äh... Nicht... Nicht unbedingt eine Magierrüstung, aber es ist allgemeine Rüstung, weil ich habe noch keine Rüstung. Deswegen bin ich zufrieden damit. Genau. Irgendwas Spiel zu ernst, glaube ich. Oh, Mann. Okay. War ich jetzt Level 20? Ich habe mich darauf geachtet. Ähm... Ja. Oh Gott, die Musik ist wieder da. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Musik aus. Danke. Ne, nicht Level 18. Gut. Ist aber nicht schlimm. Gut. Das habe ich bekommen, ne? Steht mir die Rüstung denn wenigstens? Ja, ne? Ist okay. Ja, ist okay. Ja, stimmt. Man kann auch Sachen upgraden, habe ich herausgefunden. Wie man auch so sieht. Hey, du. Genau. Und ich gehe meistens einfach auf Spell, weil... Ja. Ist halt einfach, äh... Für mich praktischer. So. Da drüben kann man Sachen verkaufen. Ich will jetzt auch einfach das alles hier verkaufen, weil ich das nicht brauche. Hey, du. Ja, und man kommt halt einfach super schnell an Gold, ne? Weil meistens bekommt man Sachen, die man gar nicht haben will. Und, ja. Werde ich. Ich will gerade in der Lobby auf. Nein. Toll. Ich werde auch nicht warten, bis irgendwer joint, weil das kann echt lange dauern. Okay, 20 muss ich darüber sein. Gut. Warte nochmal ganz, ganz kurz, wenn gleich jemand joint, dann... Ich habe meine Pflaster so viel geschüttelt, dass ich keine Kohlensäure mehr drin habe. Ich habe aus mir viel lang gelernt. Ich weiß, das ist voll unprofessionell zu trinken, aber... Ganz ehrlich... Was mache ich bitte schon professionell? Genau, nichts. Und nochmal. Wie lange nehme ich auf? Neun Minuten, gut. Mhm. Also das Laden wird nicht so lange dauern. So. Musik aus. Start. Okay. Und... Cool. Für Schaden macht die Flamme, mittlerweile. Okay, gut. Das ist halt eben das, was ich meine. Jetzt kann ich schon die ersten Gegner one-hitten. Und das ist einfach... Ähm... Ne? Wofür brauche ich dann HP, wenn ich sie so alle one-hitten kann? Ja. Da sieht man es. Gut. Gut. Und ihr noch. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ja. Und deswegen, was soll ich damit... Ach ja, ich mache jetzt übrigens ein bisschen mehr Schaden wie in der Rüstung, glaube ich, ne? Ja. Cool. Zehn Schaden mache ich jetzt mit dem Schlag Dingens. Gut. Und ihr auch noch. Uh, sogar noch mehr. Nicht schlecht. Ja, nichts mehr getroffen. Schade. Gut. Das ist übrigens immer zufallsgeneriert, wie der Raum aussieht. Ja, dieser Dungeon, aber... Es sind halt eben dieselben Räume, deswegen habe ich gerade geguckt, ob ich hier lang muss oder hier lang muss. Ähm... Ja. Gut. Und... Piu. Gut. Und hier. Cool, jetzt kann ich endlich mal mit meinem Stab schlagen. Das lohnt sich auch noch. Tschüss. Gut. Das geht jetzt auch viel schneller. Das finde ich gut. Hm. Gut. Da auch nochmal eben reinschießen. Und hier. Könnt ihr bitte auch eben kurz. Danke. Aua. Das hat weh. Au. Ha. 69. Cool. Oh, treffe ich dich noch einmal? Nein, okay. Ja. Und ich komme jetzt auch viel, viel schneller zum Boss hin. Also ich glaube, nach diesem Räume kommt der Boss auch schon wieder. Cool. Das ist der Nachteil am Hardcore-Spielen, weil jetzt bin ich tot. Ja. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass ich das Spiel noch spiele. Und ja. Das war's mit der kurzen Folge. Bis zum nächsten Mal bei Roblox. Tschüss. Tschüss.